Hi, schön, dass du heute wieder mit eingeschaltet hast und herzlich willkommen an dich, falls du hier heute zum ersten Mal mit dabei bist. Mein Name ist Gwendolyn und heute kommt eine Neuauflage des Videos Anleitung für den Dualsehen-Prozess. Ich habe dieses Video vor etwa drei Jahren schon einmal aufgenommen, aber das damalige Video, was ich heute im Übrigen auch herausnehmen werde, dieses damalige Video beruhte nur auf meinen eigenen Erfahrungen und mittlerweile habe ich mit so vielen Menschen gearbeitet und durch diese Menschen neue Erfahrungen gemacht, dass ich mittlerweile ziemlich genau weiß, an welchen Stellen ihr stolpert, an welchen Stellen ihr nicht weiterkommt und deswegen wird es Zeit für eine Neuauflage. Bevor es jetzt hier gleich losgeht, ein riesengroßes Danke an jeden von euch, der meinen Kanal hier abonniert hat, auch an jeden, der meine Videos liked und natürlich ein riesengroßes Dankeschön an jeden, der mir einen Energieausgleich auf PayPal zukommen lässt. Ich danke euch wirklich von ganzem Herzen. Wenn du ein persönliches 1 zu 1 Coaching bei mir buchen möchtest oder falls du den Dualsehen-Do-It-Yourself-Online-Kurs erwerben möchtest, findest du alle Infos dazu hier unter diesem Video in der Infobox. Dann starten wir mal in das Video rein. Ich möchte dich bitten, dass du dir vielleicht Notizen dazu machst. Das ist immer sehr hilfreich, wenn du nicht nur etwas hörst, sondern wenn du auch die wichtigen, relevanten Informationen einfach mal niederschreibst für dich. Und ich möchte außerdem betonen, dass ich in diesem Audio, in dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Dualsehen-Prozess nur den schnellen Weg erkläre. In meinen ganzen Videos vermische ich ja manchmal den schnellen Weg mit dem, naja, ich sag mal dem alternativen Weg, der halt viele Jahrzehnte dauern kann. In diesem Audio hier geht es wirklich nur um den schnellen Weg durch den Dualsehen-Prozess. Warum? Weil es der einfachste Weg ist und meiner Meinung nach wäre es schön, wenn ihr es euch ein bisschen einfacher machen würdet. Es liegt natürlich bei euch. Ich verurteile auch niemanden, der es sich gerne schwer macht. Bitte schön, ich nehme es euch nicht weg, aber ich möchte den Menschen diese Unterstützung zukommen lassen, die den schnellen Weg vielleicht noch nicht kennen. Also, wenn wir unserer Dualseele begegnen, gibt es eine ganz kurze Honeymoon-Phase. Meistens wenige Tage, wenige Wochen, höchstens drei, vier Monate. Länger dauert das auf gar keinen Fall. Das Ganze ist ziemlich rauschhaft und von Anfang an ist von beiden Seiten da echte Liebe zu fühlen, aber leider nicht nur echte Liebe. Denn zu dieser echten Liebe kommt jetzt auch Verliebtheit und Angst. Und diese Angstenergie sorgt innerhalb weniger Tage, weniger Wochen dafür, dass es zu einer abrupten Trennung kommt. Und das passiert bei allen Dualseelen-Paaren, allerdings nicht im gleichen Ausmaß. Bei manchen ist diese Angstenergie so stark, dass der andere von heute auf morgen nichts mehr mit dir zu tun haben will. Dich zum Beispiel ghostet oder überall blockiert. Und bei anderen ist diese Energie nicht ganz so stark. Diese Paare können dann noch weiter in einer lockeren Freundschaft sein oder in einer Affäre miteinander interagieren. Aber was alle gemeinsam haben, es kommt zu einer Trennung der Partnerschaft. Und für unsere Seite, ja, ich möchte jetzt hier ganz bewusst nicht Loslasser sagen, bitte löse dich von solchen Konzepten, wenn du kannst. Aber für unsere Seite ist das unglaublich schmerzhaft und verwirrend. Denn wir verstehen nicht, was der andere da treibt. Warum der andere sich so verhält? Wie kann denn das von jetzt auf gleich aus sein? Wie kann es sein, dass es gestern noch die große Liebe war? Und heute erzählt der andere, ich fühle doch nicht so intensiv. Das ist für uns wirklich ein ordentlicher Schlag in den Magen. Und viele von euch, und ich schließe mich da selber auch nicht aus, suchen dann im Internet nach Informationen zu diesem seltsamen Verhalten. Und leider, wenn ihr auf das Thema Dualseelen stoßt, gibt es viele, viele Falschinformationen im Internet. Aber in dieser Verzweiflung saugen wir, also unsere Seite, wirklich jeden Mist auf, der uns das Gefühl von Kontrolle wiedergibt. Denn wir erleben einen absoluten Kontrollverlust. Das Erste, was du jetzt verstehen musst, in dieser Situation, deine allergrößte Angst, die du haben kannst als Mensch, wurde ausgelöst. Die Angst vor Kontrollverlust, die Angst, ohnmächtig ausgeliefert zu sein. Und zu dieser Angst kommt jetzt Liebeskummer dazu. Und als ob das noch nicht reichen würde, das ist ja alles schon schlimm genug, startet jetzt zusätzlich die dunkle Nacht der Seele. Und das ist wirklich eine sehr anstrengende Phase. In eurer natürlich nachvollziehbaren Verzweiflung fangt ihr dann leider an, den anderen zu stalken. Ihr versucht alles in eurer Macht stehende, den anderen wieder zurückzubekommen. Ihr schaut euch Kartenlegungen an, Channelings, ihr führt Seelengespräche. Ihr wollt euch heilen, damit der andere zu euch zurückkommt und so weiter. Ihr verleugnet, dass die Trennung stattgefunden habt. Das heißt, ihr verliert euch in Konzepten und versucht einfach nicht zu akzeptieren, dass die Dinge nun mal jetzt so sind, wie sie eben sind. Und dadurch, dass ihr das macht, läuft der andere noch weiter weg von euch. Und dadurch steigt eure Verzweiflung, wird noch größer. Am Anfang, in dieser ersten, naja, sagen wir mal Phase, wobei es eigentlich keine Phasen im Prozess gibt. Aber am Anfang ist es unglaublich wichtig, all diese Dinge, die ich eben aufgezählt habe, sofort sein zu lassen. Bitte nicht mehr machen. Das bedeutet wirklich von jetzt an kein Stalking mehr. Du schaust nicht mehr auf Instagram und Co., was der andere macht oder nicht macht. Gemeinsame Freunde informierst du darüber, dass du nichts mehr über diese andere Person wissen möchtest. Du schaust dir bitte ab jetzt keine Kartenlegung, keine Channelings mehr an. Du führst bitte ab jetzt in dieser ersten, in Anführungszeichen, Phase, keine Seelengespräche. Das musst du alles tatsächlich sein lassen. Du musst nämlich verstehen, dass dein Ego und auch dein Körper sich wie ein Drogensüchtiger verhalten. Nein, das ist kein Witz. In deinem Gehirn laufen exakt die gleichen Prozesse ab, wie bei einem Drogensüchtigen, wie bei einem Alkoholiker. Deine Gedanken kreisen nur um den anderen und du bist bereit, alles zu tun, damit der andere zu dir zurückkommt. Dein Gehirn ist quasi Dopamin versorgt und jedes Mal, wenn du dir eine Kartenlegung anschaust oder ein Dualsebenvideo oder ein Channeling, fütterst du den Junkie. Deine Lieblingsdroge ist nicht da und deswegen suchst du dir eine Ersatzdroge. Aber genau dieses Verhalten sorgt a dafür, dass der andere noch weiter weg geht und b sorgt dieses Verhalten dafür, dass du niemals aus dieser Sucht, Energie herauskommst. Wenn du damit aufhörst und ich bitte dich, tu das gleich ab heute. Es ist nicht zu spät. Wenn du das gemacht hast, schickst du deinen Körper und dein Ego auf Entzug und tatsächlich laufen in deinem Körper die gleichen Prozesse ab, wie bei einem richtigen Entzug. Und Sehnsucht, den anderen haben wollen, den anderen manipulieren wollen, kontrollieren wollen, das alles hat überhaupt nichts mit Liebe zu tun. Das musst du verstehen. Sehnsucht und Verlangen und haben wollen ist nicht Liebe. Ja, das ist an dieser Stelle ganz arg wichtig zu verstehen. Diese ganze Suchtenergie, diese Angstenergie, diese Liebeskummerenergie, diese Energie ist dafür verantwortlich, dass der andere nicht mit dir zusammen sein will, nichts mit dir zu tun haben möchte. Es gilt also in dieser ersten Phase deine Sucht zu brechen. Das bedeutet, du musst einen vollständigen Trauerprozess durchlaufen. Du musst in die 100%ige Annahme kommen, dass der andere jetzt nicht mit dir zusammen sein will. Dadurch, dass du das 100% akzeptierst, annimmst, kommen deine ganz individuellen Themen nach oben. Das ist die dunkle Nacht der Seele. Alle Glaubenssätze, alle Muster, alle Konditionierung, Verlustschmerz, diverse Ängste, Verlustangst, Angst vor Ablehnung, Angst vor Kontrollverlust, all das wird jetzt hochgespürt. Und es ist wichtig zu verstehen, dass der andere nicht schuld daran ist. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass du in dieser Energie den anderen auf gar keinen Fall an deiner Seite haben wirst. Es ist in diesem Prozess, in diesem Moment wirklich deine Aufgabe, dir das alles anzusehen. Das heißt, wirklich dich mit dir zu beschäftigen, mit dem, was dein Ego und dein Schmerzkörper dir jetzt präsentieren. In diesen Trauerphasen, in diesen fünf Trauerphasen, wenn du diesen Liebeskummer überwinden möchtest, gibt es die Phase der Verhandlung. Das bedeutet, du versuchst etwas, was geschehen ist, ungeschehen zu machen und dafür missbraucht ihr wahnsinnig gerne die Dualseelenkonzepte. Wenn du das bisher gemacht hast, mach dir klar, das ist der Grund, warum du einfach nicht weiterkommst. Du musst aus der Verhandlungsphase in die Akzeptanz und in die Trauer hinein. Und in der Trauer, in diesem Verlustschmerz, wird halt, wie gesagt, alles hochgespült, was du eben in deinem Rucksack der Vergangenheit dein Leben lang mit dir herumgetragen hast. Und dafür brauchst du jetzt verschiedene Techniken und Fähigkeiten, damit du das auch schaffst. Du brauchst zum einen die Fähigkeit zwischen Emotionen und echtem Gefühl zu unterscheiden. Denn deine Emotionen sind lediglich die körperliche Reaktion auf deine Gedanken, auf deine Ego-Gedanken. Und echte Gefühle, die bauen sich nicht auf, die überwältigen dich nicht, denen ertrinkst du nicht. Echte Gefühle hast du immer im Herzzentrum und im Hier und Jetzt. Es gibt natürlich auch echte Gefühle der Vergangenheit. Ich möchte in diesem Audio jetzt hier nicht zu stark drauf eingehen. Aber es gibt auch echte Gefühle aus der Vergangenheit, die du damals nicht durchführt hast und die überall in deinem Körper abgespeichert sind. Du musst dir das Ganze wie Energieblockaden vorstellen. Es ist blockierte Lebensenergie, die du irgendwann in diesem Leben abgespeichert hast. Und ja, auch diese alten Gefühle müssen vollständig durchführt werden. Welche Fähigkeiten brauchst du noch? Du musst in die hundertprozentige Eigenverantwortung gehen. Dir muss klar sein, niemand da draußen, weder deine Eltern, noch deine Geschwister, noch Partner, Freunde etc. Niemand kann dich etwas fühlen lassen und niemand ist dafür verantwortlich, wie du dich fühlst. Wenn du durch das Verhalten eines anderen Menschen verletzt bist, muss dir klar sein, dass du für deine Gedanken, Emotionen, Gefühle und Handlungen verantwortlich bist. Und an dieser Stelle möchte ich dir dringend empfehlen, dass du dir die vier Spiegelgesetze aus dem Internet heraussuchst und täglich anwendest. Das bedeutet, am besten druckst du dir diese vier Spiegelgesetze aus. Einfach, damit du dich täglich daran erinnerst, das, was mich berührt, ist mein Thema. Wenn jemand anderes mich kritisiert und das berührt mich aber nicht, dann ist das sein Thema. Aber alles, was in mir eine Reaktion auslöst, ist mein Thema. Und das gilt für jeden Menschen. Die ganze Welt ist dein Spiegel. Ja, bei der Dualseele gilt das doppelt und dreifach, aber die ganze Welt ist dein Spiegel. Deine Lebenssituation ist dein Spiegel. Der Umgang deiner Freunde mit dir, deine berufliche Situation, das ist alles nur dein Spiegelbild, weil du bist der Projektor und die Außenwelt ist einfach nur der Kinobildschirm, wenn man so möchte, die Leinwand. Und diese erste Phase, wo du das alles machst, wo du dir diverse Techniken und Werkzeuge aneignest, um diese alten Gefühle zu durchführen, um diese Gefühle aus dem Hier und Jetzt zu durchführen, um deine Glaubenssätze aufzulösen, deine Ängste aufzulösen. Diese erste Phase dauert in der Regel am längsten. Die dauert tatsächlich mehrere Wochen, eventuell auch Monate. Wichtig ist, dass du in diesen einzelnen Phasen nicht stecken bleibst. Und bitte nicht darauf wartest, dass der andere zurückkommt, damit du diesen Schmerz nicht fühlst. Es geht im Prozess weiter, wenn du weitergehst. Und selbst wenn du jetzt schon seit 20 Jahren im Prozess bist, wenn du immer noch Gedankenkreisen um den anderen hast, wenn du immer noch darauf wartest, dass der andere zurückkommt, wenn du immer noch darauf hoffst, dass du erlöst wirst, durch ein Ereignis im Außen, durch einen anderen Menschen, bist du in dieser ersten, in Anführungszeichen, Phase stecken geblieben. Leider ist das so. Und deswegen geht es auch nicht weiter. Es ist in dieser Phase auch wichtig zu verstehen, wenn du den Entzug machst, warum du süchtig geworden bist. Und das ist eine ganz einfache Geschichte. Da du in deiner Kindheit den Zugang zu deiner Liebe in deinem Herzchakra verloren hast, durch die Umstände, in denen du aufgewachsen bist, suchst du Liebe, Sicherheit und Anerkennung jetzt durch andere, durch andere Menschen. Und genau diese Energie in dir ist süchtig nach dem anderen geworden. Denn in dem Augenblick, wo wir unserer Dualseele begegnen, sind wir uns selbst begegnet und zwar unserem wahren Ich. Es hat eine Seelenerkenntnis stattgefunden. Das muss dir klar sein. Und dein Ego denkt jetzt, es braucht den anderen, um sich so zu fühlen. Und da ist der Trugschluss. Nein, du brauchst den anderen nicht, um dich so zu fühlen. Beziehungsweise solange du glaubst, den anderen zu brauchen, um dich so zu fühlen, wird der andere von dir wegbleiben. Leider ist das so. Und hier ist der Weg ganz einfach. Du musst tatsächlich lernen, zum Beispiel durch Eckart Tolle. Es gibt aber auch andere wundervolle Lehrer. Du musst lernen, im Hier und Jetzt zu sein. Und zwar fest verankert in deinem Herzzentrum. Denn nur wenn du im Hier und Jetzt bist, wenn du im Hier und Jetzt lebst, dann kannst du die Liebe, die universelle Liebe zu allem, was ist, nicht nur zu dir selbst, sondern auch zu allem anderen fühlen. Und in dem Moment, wo du in deinem Herzchakra wirklich präsent bist, wo du die Welt durch dein Herzchakra wahrnimmst, hast du nicht mehr, nicht mehr das Bedürfnis, durch einen anderen befriedigt zu werden. Natürlich kannst du dann Nettigkeiten von Freunde und Familie genießen. Auch falls dein Dual, auch falls dein Dual dir Komplimente macht, wieder mit dir zusammen sein will und so weiter. Das kannst du alles genießen. Es geht darum, dass du es nicht mehr brauchst. Weil du deine Liebe in dir gefunden hast, brauchst du das Außen nicht mehr. Du kannst es genießen, ohne daran anzuhaften. Und das ist das, was du möchtest. Das heißt, das Wichtigste am Anfang jetzt noch mal ganz kurz zusammengefasst. Du musst einen Entzug machen, weil, wie gesagt, dein Ego und dein Körper sind süchtig nach dem Anderen. Dein Gehirn ist wirklich Dopaminversorg, deswegen kannst du auch an nichts anderes mehr denken und bist schon gar nicht mehr lebensfähig. Es ist wichtig, einen vollständigen Trauerprozess durchzuführen. Und es ist wichtig, sich alles anzusehen, was dein Ego und dein Schmerzkörper dir jetzt präsentieren. Glaubenssätze wie, ich bin nicht wichtig, ich werde nicht geliebt, ich bin nicht wertvoll. All das in dir darfst du transformieren. Das ist alles der Rucksack der Vergangenheit. Das gehört zum spirituellen Erwachen dazu. Du darfst in dieser Phase auch verstehen, dass der Andere nur deswegen von dir weggegangen ist, wegen dieser Angstenergie. Aus keinem anderen Grund. Es spielt keine Rolle, was er dir erzählt hat. Das ist alles gar nicht so ernst zu nehmen. Es ist aber wichtig, nicht darauf zu warten, in die Zukunft zu gehen mit deinem Verstand und darauf zu warten und zu hoffen, dass der Andere zurückkommt. Du musst lernen, entweder durch Eckhart Tolle oder durch Heinz Krug zum Beispiel oder durch Andreas Noffing oder irgendeinen anderen spirituellen Lehrer, musst du lernen, bei dir zu sein, präsent zu sein, im Hier und Jetzt, in deinem Herzchakra zentriert zu leben. Und dann kommt die nächste Phase, in Anführungszeichen. Dadurch, dass du das geschafft hast, dass du so zentriert in dir bist, dass du im Hier und Jetzt dein Leben lebst, wirst du auf einmal wieder deine Dualseele magisch anziehen. Es ist aber wichtig, dass du das alles hier, was ich gerade aufgezählt habe, nicht in der Absicht machst, den anderen anzuziehen. Zum einen, deine Dualseele, das bist du. Wenn du den anderen anziehen möchtest, suchst du dich schon wieder außerhalb von dir. Zum Nächsten ist es einfach so, wenn du das in der Absicht machst, den anderen zurückzubekommen, bist du schon wieder in dieser dritten Phase, in dieser dritten Trauerphase der Verhandlung. Das darf nicht sein. Das wird den anderen eher von dir wegstoßen. Das kannst du vergessen. Das heißt, auch alle Erwartungen an die Zukunft müssen losgelassen werden. Genauso wie der ganze Schmerz, der Rucksack der Vergangenheit losgelassen werden muss. Genauso wie das Hier und Jetzt in jedem Augenblick angenommen werden muss, wie es nun mal ist. Und in der nächsten Phase, naja, Phase, du weißt schon, was ich meine, ist es unglaublich wichtig, dass du verstehst, dass du jederzeit einen Rückfall erleben kannst. Wenn der andere wieder auf dich zukommt, kann es sein, dass deine Ego, Sucht, Angst, Energie ausrastet, wieder die alten Verhältnisse herstellen möchte, auf einmal sofort eine verbindliche Beziehung oder sogar eine Ehe haben möchte, dass du wieder anfängst, in diese Suchtenergie zu geraten. Dein Ego und dein Körper bleiben ein trockener Alkoholiker. Das bedeutet, du musst unglaublich achtsam sein, dass du nicht wieder in diese frühere Energie fällst. Und das geht nur mit Training. Das bedeutet, wenn der andere wieder auf dich zukommt, musst du dein Ego wirklich scharf im Auge behalten. Du musst wirklich zentriert in dir sein. Wenn ein Treffen da ist, genieß das Treffen. Wenn das Treffen vorbei ist, denk nicht darüber nach. Es gibt keinen Grund nach dem Treffen über das Treffen nachzudenken. Es gibt auch keinen Grund in die Zukunft zu flüchten und darüber nachzudenken, was für eine tolle Beziehung ihr irgendwann haben werdet. Warum? Weil das wieder den Junkie füttert. Und das ist eigentlich schon der ganze Zauber. Wenn du schon länger im Prozess bist, dann weißt du doch eigentlich ganz genau, immer wenn du im Hier und Jetzt glücklich mit dir alleine bist, nicht weil da ein neues Auto ist, ein neuer Job, neue Freunde etc., sondern einfach, weil du im Hier und Jetzt glücklich bist, ist der andere auf einmal da. Schreib dir, ruft dich an, will dich sehen. Und jedes Mal, wenn du dich auf den anderen fokussierst oder irgendwas haben willst, erwartest, haut der andere wieder ab. Mehr muss man im Dualsehen-Prozess wirklich nicht verstehen. Wie ist es denn mit der Spiegelung? Ich habe ja vorhin schon erwähnt. Ja, natürlich, die ganze Welt ist dein Spiegel. Die ganze Welt ist die Leinwand und du bist der Projektor. Es ist tatsächlich so. Dein So-Sein entscheidet darüber, wie deine Welt im Außen sich dir präsentiert. Das heißt, wenn du jetzt mal dein Außen betrachtest, deine Freunde, Familie, deine Welt, in der du gerade lebst, weißt du ganz genau eins zu eins, was du ständig nach außen projizierst. Du bist ein göttliches Geschöpf. Du manifestierst 24-7. Und zwar nicht mit den 5% Tagesbewusstsein, sondern mit den 95% Unterbewusstsein. Und wenn du destruktive Glaubenssätze hast, wird sich dir das im Außen zeigen. Und ja, die Dualseele ist und bleibt dein 100%iger Spiegel. Der andere zeigt dir entweder, dass du im Seelenbewusstsein, im Einheitsbewusstsein bist. Dann liebt er dich, will mit dir zusammen sein etc. Oder er hält dir den Spiegel vor und zeigt dir dein Ego. Deine Glaubensmuster, deine Schmerzpunkte, all das zeigt er dir dann. Mehr musst du nicht verstehen im ganzen Prozess. Ich würde dich also bitten, falls du den kurzen, den schnellen Weg gehen möchtest, vergiss die ganzen Dualseelen-Konzepte. Hör auf, dir Dualseelen-Videos anzuschauen. Du fütterst wirklich nur den Junkie. Ja, am Anfang ist es hilfreich, sich Dualseelen-Videos anzuschauen, wenn du sehr achtsam auswählst, wem du dazuhörst und welche Informationen du in dich aufnimmst. Aber nachdem du weißt, was du zu tun hast, hör damit auf. Hör auf, dich mit dem Prozess zu beschäftigen. Hör auf, dich mit dem anderen zu beschäftigen. Beschäftige dich wirklich mit dir und deinem Prozess. Meine Klienten brauchen im Schnitt sechs bis zwölf Monate, um diesen Prozess zu rocken. Beziehungsweise das kann man eigentlich so nicht festmachen. Ich hatte auch meine Klientin, die hat das innerhalb von drei Monaten geschafft. Wie lange du dafür brauchst, ist wirklich deine Sache. Es geht nicht darum, dass du den gesamten Schmerzkörper aufgelöst hast. Es geht darum, dass du im Hier und Jetzt das erlöst, was sich dir im Hier und Jetzt zeigt. Dann geht das auch sehr schnell. Weil wenn du täglich einfach beobachtest, was sich dir zeigt, dann löst sich alles von ganz alleine auf. Eckart Tolle ist für mich der beste Lehrer in diesem ganzen Prozess. Wenn du Eckart Tolle liest, wenn du das wirklich lebst, und zwar jeden Tag, wenn du das zu deiner Lebensphilosophie machst, brauchst du keinen Doasien-Coach. Da geht es nämlich nur um dich, um dich, um dich, um dich. Es geht im gesamten Doasien-Prozess nur um dich. Du wirst die ganze Zeit auf dich selbst zurückgeworfen. Und dieser Prozess dauert nur dann so lange, wenn ihr euch von euch selber ablenkt. Wenn ihr euch zig über Jahre Doasien-Videos anschaut, wenn ihr euch sonst wie viele Kartenlegungen anschaut, wenn ihr ständig den Junkie füttert, dann geht es selbstverständlich niemals voran. Das wird sich auch nicht ändern. Du brauchst auch nicht darauf zu warten, dass die Zukunft dich erlöst. Auch das wird nicht passieren. Bitte akzeptiere das Hier und Jetzt, wie es ist. Führe, wenn nötig, einen Trauerprozess durch. Schau dir deine Themen an. Wenn du die Tools und Werkzeuge nicht hast, mit denen du arbeiten kannst, dann such dir Hilfe. Es gibt auch unglaublich viel kostenfreie Unterstützung. YouTube ist ein so wundervolles Medium. Hier haben so viele Coaches gratis irgendwelche Methoden hochgeladen, wie du dir selber helfen kannst. Beschäftige dich damit. Beschäftige dich damit, wie du glücklich im Hier und Jetzt sein kannst. Wie gesagt, nicht glücklich durch äußere Umstände. Sondern glücklich, weil du immer mehr in dein So-Sein kommst. Und zwar in dein wahres So-Sein. Brich die Identifikation mit Ego und Schmerzkörper. Erlöse, was da hochkommt. Und du wirst sehen. Du wirst so schnell durch den Prozess sein. Du wirst so schnell automatisch die andere Form, den anderen Körper an deiner Seite haben. Damit hast du nicht gerechnet. Dieser Prozess, dieser Weg muss nicht Jahrzehnte gehen. Schon gar nicht zur heutigen Zeit. Es ist wirklich so einfach, wenn man das erstmal alles verstanden hat. Es gilt wirklich einfach nur, dich auf dich zu fokussieren. Es geht darum, deine Themen anzugehen. Aber nicht in der Absicht, den anderen zu bekommen. Sondern einfach, damit es dir gut geht. Damit du ein ganz wundervolles Leben führst. Darum geht es. Und es geht dann auch darum, dieses Wort Dualseele loszulassen. Sag doch stattdessen lieber mein zweiter Körper, meine zweite Inkarnation. Wobei auch das schon gefährlich ist, weil jedes Mal, wenn wir das Wort meins davor setzen, meinen wir einen Anspruch darauf zu haben. Und das hast du nicht. Es ist nur eine zweite Inkarnation, die hier gerade parallel herumläuft. Und ja, Dualseen können als Paar zusammen sein. Das hat aber nichts mit göttlich Gefühl zu tun. Also lass dir so einen Unsinn bitte nicht erzählen. Es liegt in deiner Hand. Wenn dein So-Sein eurer gemeinsamen Seele entspricht, ist der andere auch da. Wenn dein So-Sein deinem Ego entspricht, ist der andere nicht da und wird auch nicht zurückkommen. Ihr seid auf der Ego-Ebene polarisiert. Du musst quasi diese Polarisierung aufbrechen. Und wie geht das? Liebe. Du musst wirklich in diese bedingungslose Liebe kommen. Und Liebe ist immer Neutralität. Liebe bewertet nicht, erwartet nicht, fordert nicht, bewertet nicht. Und das ist ein Fakt. Liebe ist freifließende Energie. In der Liebe darf alles sein, wie es ist. Darf alles geschehen. In diesen Zustand musst du kommen. Du brauchst auch nicht darauf warten, dass der andere irgendwelche Schritte unternimmt. Konzentrier dich wirklich nur auf dich und du wirst sehen, der Prozess ist schneller vorbei, als du denkst. Dieses Video ist natürlich jetzt hier sehr lang geworden, aber ich kann es, ich kann mich nicht kürzer fassen. Und ich habe hier schon sehr viel weggelassen, was ich dafür aber in anderen Videos schon mehrfach erklärt habe. Wenn du das alles machst, dann weißt du, wie der schnelle Dual-Sein-Weg funktioniert. Und wenn du wirklich täglich trainierst, und das ist wirklich wichtig, es ist tägliches Training mit dir selber. Wenn du das machst, bist du bald fertig. Ja, ob das nun bei dir drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate oder zwei Jahre werden, das weiß ich nicht. Es liegt tatsächlich an dir. Ich kann dir aber sagen, ich kann dir versichern, wenn du wirklich zwei, drei, vier Wochen dich mal jeden Tag so achtsam und aufmerksam auf deinen inneren Körper konzentrierst, auf dein Herz Zentrum, passiert diese Transformation des Egos sehr, sehr schnell. Es kommt halt wirklich darauf an, in welchem Maß du trainierst. Genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du mir hier bis zum Ende zugehört hast. Ich weiß, es war wirklich ein langes Audio. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir jetzt gerne ein Like da. Und falls du diesen Kanal nicht abonniert haben solltest, hol das jetzt unbedingt nach. Schau dir dieses Audio gerne mehrfach an, mach dir Notizen, erstell dir einen Plan. Und falls du alleine gar nicht zurechtkommst, dann kannst du natürlich den Schritt für Schritt Do It Yourself Online Kurs buchen oder ein 1 zu 1 Coaching bei mir vereinbaren. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei dir und ich freue mich auf dich, wenn du das nächste Mal hier wieder mit dabei bist. Bis bald.